ARD Text im Auftrag des ZDF für Frizzar Für Frizzar. Aguero! Aguero trifft! Super Aktion! Ist einfach ein Spieler, auf den ist immer wieder Verlass. Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Jetzt ist er durch! Ein fantastisches Tor! Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore waren sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben. Quarella. Ratschan Angolan. Fabio Quarella. Und er schießt! Tor! Und das zieht er ganz genau in den Pfosten und rin! Zaha! Aguero! Wilfried Zaha! Er ist frei, da kann was draus werden! Klasse Pass! Chance zur Führung! Und drin! Jetzt sieht hier alles nach einem Sieg aus! Tja, erholen sie sich nochmal davon! Also das wird schwer! Könnte der Ausgleich werden! Der Abwehrspieler wird... Da ist er drin! Ein tolles Tor! Das war schon Tor Nummer drei! Der ist richtig gut drauf! Das dürfte die letzte Gelegenheit sein! Treffen Sie! Das macht er gut! Parade der Heer, aber noch gefährlich! Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie! Schauen Sie sich diesen Jubel an! Was für ein wichtiges Tor! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!